Was darf man laut Gesetz auf dem Billboard schreiben und was nicht? Ich nehme an, man darf nichts Verleumderisches schreiben oder Ficken, Pisse oder Fotze. Stimmt das? Oder Anus? Dann dürfte ich keine Schwierigkeiten kriegen. Ich schätze, Sie sind Angela Hayes Mutter. Ja, bin ich. Ich bin Angela Hayes Mutter. Also, Mildred Hayes, warum diese Billboards? Meine Tochter Angela wurde vor sieben Monaten ermordet. Die Polizei scheint mehr damit beschäftigt, Schwarze zu foltern, als echte Verbrechen aufzuklären. Was zur Hölle ist denn das? Dixon, du wirst mich mitten beim beschissenen Oster essen. Entschuldigt, Kinder. Ich weiß, Chief, aber ich glaube, wir haben da irgendwie ein Problem. Ich würde alles tun, um den Killer ihrer Tochter zu fassen. Ich finde, ihre Billboards da sind nicht besonders fair. Während Sie herauskommen, Willeby, und mich vollheulen wie eine Pussy, wird vermutlich irgendwo gerade ein anderes Mädchen abgeschlachtet. Inzwischen gibt es zwei offizielle Beschwerden wegen dieser Billboards. Von wem? Von einer Lady mit einem komischen Auge. Eine Lady mit einem komischen Scheißauge? Wie von einem fetten Zahnarzt. Willeby hat sehr viele gute Freunde hier in dieser Stadt, Miss Held. Sie haben heute nicht zufällig ein kleines Loch in den Zahnarzt gebohrt, oder? Natürlich nicht. Hä? Ich sagte natürlich nicht. Es tut mir leid, Angela, aber die Stadt ist entschieden gegen diese Billboards. Wer hat die Dose geworfen? Welche Dose? Was ist mit dir, Schatzjett? Äh, nein, ich hab nichts. Gib alles. Hey, Wichser! Was? Sag doch nicht was, Dixon, wenn sie hier reinkommt und dich Wichser nennt. Je länger ein Fall in der Öffentlichkeit präsent ist, desto größer sind die Chancen, dass er aufgeklärt wird. Wissen Sie, wenn Sie weiter die Kirche besucht hätten, hätten Sie etwas mehr Verständnis für die Gefühle der Leute. Die ganze Wutmangel, die erzeugt nur noch größere Wut. In drei, zwei, eins. Und so traurig dieses Spektakel um diese Billboards auch ist, Verdammter Scheiße, was? Diese Reporterin hofft, dass das endlich das Ende bedeutet. Für diese sonderbare Geschichte der drei Billboards. Scheiß bedeutet das, du behinderte Kuh. Das ist erst der verkrackte Anfang. Sende das mal in deiner guten Morgen-Missouri-Frühstücksfernsehen-Scheiße, du Miststück. Und so traurig dieses Spektakel um diese Bedeutung für die Kirche und 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 die Kirche.